Chris Baltisberger, zwei Mal in 24 Stunden gegen Fribourg gespielt, er hat zwei Mal getroffen. Es war trotzdem ein rechtes Herzstück Arbe. Was nimmt man jetzt mit aus diesen zwei Matchen? Ja, es hat Spass gemacht. Back-to-Back ist immer cool, oder? So ein wenig Playoff-Charakter. Ich glaube, das ist gerade das, was uns gut getan hat. Ja, wir haben uns auch wieder viel vorgenommen heute. Ich glaube, gestern war es am Schluss gut. Ein wenig Pech, wo wir dort noch den Ausgleich bekommen und die Penaltyschisse auch. Aber ich denke, heute verdient er auch gut. Und ich glaube, so müssen wir auch weiterfahren. Das ist gut. Man denkt, es ist ein Abbild dieser Saison. Man muss sich beim ZSC extrem reinhängen. Es passiert irgendwie nichts einfach, wenn es mal so aussehen, dass etwas gut läuft. Aber der Match heute, was nimmt man jetzt hier raus aus dieser Partie? Ja, ich glaube, es ist klar. Geschenkt wird einem nichts in dieser Liga. Es ist ausgeglichen, das haben wir gewusst. Ich glaube, uns ist bewusst geworden, wie wir in den Spielen starten müssen. Einfach spielen. Und dann kommt es. Ich meine, wir haben viel trainiert. Wir arbeiten hart. Das Programm läuft einfach. Wir müssen einfach unsere Beine bewegen. Und dann kommen wir in den Flow rein. Und dann sieht es gut aus. Und ich habe jetzt gefunden, die letzten zwei Spiele waren super. Ja, klar, die Resultate sind noch nicht da. Aber es ist wichtig, dass wir uns auf den Prozess konzentrieren. Das machen wir. Und jetzt am Freitag weitermachen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.